Jürgen Kurpion war ein deutscher Fußballspieler. Laufbahn Jürgen Kubi Kurpion wuchs nach der Vertreibung im Buxtehuder Stadtteil Altkloster auf und schloss sich der Jugendabteilung des Buxtehuder SV an. Als A-Jugendlicher wurde er am 15. Mai 1958 in die DFB-Jugendnationalmannschaft beim Länderspiel in Flensburg gegen Dänemark berufen. Beim 4 zu 2 Erfolg der deutschen Auswahl spielte er an der Seite von Friedel Rausch, Jürgen Sundermann und Willibert Kremmer. Mit 19 Jahren debütierte der Amateurfußballer des Buxtehuder SV in der deutschen Fußballnationalmannschaft der Amateure beim Länderspiel am 27. Mai 1959 in Siegen gegen England. In diesem Jahr gewann er mit der Hamburger Verbandsauswahl mit 4 zu 1 Toren auch den Ländelpokal der Amateure. Bis 1960 folgten noch fünf weitere Berufungen zu den DFB-Amateuren. Er spielte auch in dem Olympia-Qualifikationsrückspiel gegen Polen am 18. April 1960 in Warschau. In diesem Spiel konnte die deutsche Verteidigung aber nicht die Angriffsbemühungen der Gastgeber entscheidend unterbinden und Polen gewann mit 3 zu 1 Toren und war damit für die Olympischen Spiele 1960 in Rom qualifiziert. Zur Runde 1960-61 wechselte er zum neuen deutschen Fußballmeister Hamburger SV in die Fußball-Oberliga Nord. Trainer Günther Malmann brachte den Neuzugang aus Buxtehude sofort am 1. Spieltag der Runde 1960-61 am 14. August 1960 beim 3 zu 1 Erfolg bei Bremerhaven 93 als linker Verteidiger zum Einsatz. Bis zum Ende der Oberliga-Ära 1962-63 kam der Zweikampf- und konditionsstarke Abwehrrecke auf 78 Oberliga-Einsätze und erzielte dabei ein Tor. In den Endrunden um die deutsche Fußballmeisterschaft 1961 bis 1963 bestritt Kurpion 13 Spiele mit dem HSV. Höhepunkte wurden in der Oberliga-Phase die Spiele im Europapokal der Landesmeister 1960-61 still. Über Young Boys Bern und den englischen Meister FC Burnley gelangte Hamburg in das Halbfinale gegen den FC Barcelona. Der beim am 15. März 1961 herausgespielten 4 zu 1 Heimerfolg gegen Burnley noch 20-jährige Verteidiger Kubi Kurpion erlebte am 12. April die Faszination des Camp Nou vor 90.000 Zuschauern als der brasilianische Stürmer Evaristo in der 46. Minute der 1 zu 0 Siegtreffer für die Katalanen gelang. Auch im Rückspiel und im Entscheidungsspiel am 3. Mai 1961 in Brüssel wiederum entschied Evaristo mit einem Treffer das Spiel, gehörte Kurpion der HSV 11 an. Kurpion gehört zu dem Kreis der Aktiven, die am ersten Spieltag der neuen Fußball-Bundesliga am 24. August 1963 die Liga zum Laufen brachten. Er stand in der Elfe des HSV, als mit einem 1 zu 1 Römi im Preußenstadion gegen Münster der erste Punkt in dieser Liga für die Rothosen erobert wurde. Zehn Tage zuvor am 14. August 1963 gewann er mit einem 3 zu 0 Erfolg gegen Borussia Dortmund mit seinen Mannschaftskameraden, drei Tore von Mittelstürmer Uwe Seeler, den DFB-Pokal 1963. Bis zur Runde 1971-72 still kam Jürgen Kurpion auf 242 Bundesliga-Einsätze und erzielte dabei zehn Tore. Sein größter Erfolg war das Erreichen des Finales im Europapokal der Pokalsieger 1968. Das Endspiel verlor der HSV gegen den AC Mailand mit 0 zu 2. Es war aber auch eine bittere Stunde für den zuverlässigen linken Verteidiger des HSV. Beide Treffer erzielte für die Lombarden der 33-jährige Oldie Kurt Hamrin. Nach der Niederlage im Pokalfinale 1967 gegen den FC Bayern München durfte der HSV im Europäischen Cupsiegerwettbewerb nur antreten. Da die Bayern 1967 diesen Wettbewerb gewonnen hatten und deshalb als Titelverteidiger bereits für die neue Saison qualifiziert waren. Das letzte Bundesligaspiel absolvierte Kurpion am 30. Oktober 1971 bei der 1 zu 4 Heimniederlage unter Trainer Klaus-Dieter Ochs gegen den FC Bayern München. Verletzungsfolgen ließen danach eine Fortsetzung seiner Karriere nicht mehr zu. Am 20. September 1961 debütierte das HSV-Talent in der Juniorenauswahl U23 das DFB beim Länderspiel in Odens gegen Dänemark an der Seite von Josef Piontek. Am 8. Oktober folgte in der Juniorenauswahl sein zweiter Einsatz gegen Polen. Am Ende seiner zweiten Saison in der Oberliga Nord 1961 62 still wurde er von Bundestrainer Sepp Herberger in die deutsche Fußballnationalmannschaft berufen. Am 11. April 1962 debütierte Kurpion im heimischen Volksparkstadion im letzten Testländerspiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft 1962 in Chile gegen Uruguay in der Nationalelf. Beim 3 zu 0 Erfolg bildete er mit Karl-Heinz Schnellinger das deutsche Verteidigerpaar. Er gehörte dem Aufgebot für die Fußball-Weltmeisterschaft 1962 in Chile an, wurde allerdings nicht eingesetzt. Insgesamt brachte es der linke Verteidiger vom Hamburger SV zwischen 1962 und 1966 auf fünf Länderspiele. Sein letztes Länderspiel bestritt Kurpion beim 4 zu 0 Sieg am 4. Mai 1966 in Dublin gegen Irland. Erfolge DFB-Pokalsieger 1963 Nach dem Fußball Der gelernte Bankkaufmann war nach seiner sportlichen Laufbahn als Versicherungs- bzw. Immobilienmakler tätig und betrieb in Buxtehude eine Agentur. In den 1970er Jahren gehörte Kurpion auch dem Stadtrat seiner Heimatstadt an. Er war als Parteiloser auf der Liste der CDU gewählt worden, legte sein Mandat aber bereits nach zwei Jahren nieder.